Jo Leute, Willkommen zurück zu Minecraft Skytag zusammen mit dem Klim. Hallo! Ja, letzte Folge war nicht unbedingt so viel los. Ja, da sind wir ja mehr geflogen als alles andere. Richtig. Aber jetzt sind wir wieder in Haus und ich baue jetzt hier weiter. Ich habe mir jetzt einfach mal einen Fischer gebaut, weil irgendwer gesagt hat, ey, bau dir mal einen Fischer. Ja, geil, dann hast du das jetzt erledigt, ne? Ja. Mensch, es war jetzt spannend. Sehr schön. Und er hat auch gesagt, ich soll ihn dann direkt ausprobieren. Er hat mir jetzt sogar gesagt, wie ich ihn ausprobiere und das mache ich jetzt. Also der braucht auf jeden Fall... Warte mal, hinten spuckt der aus, ne? Naja, scheiße. Wo ist hier eigentlich der Energieausgang von dem Teil? Habe ich überhaupt einen drangebaut? Ja, habe ich. Okay, gut. Ich glaube, ich packe da einfach den Fischer dran in den fetten Reaktor. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Was ist das denn eigentlich alles für Pipes, ey? Ich habe immer noch den Flugdrang, übrigens von letzter Folge. Ja, ich auch noch. So, dann machen wir von da aus auch direkt die Kabel runter. Zack, dann Goldkabel. Ach ja, und Leute, falls ihr Ideen habt, was ich machen könnte in Skytech, weil ich habe keine Ahnung von dem Mods und ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll, dann schreibt es in die Kommentare. So wie der Fischer, der stand auch in den Kommentaren. Ah, ich habe noch gut zu tun jetzt. Nö, ich gar nicht. Oh, ich bin schon da viel zu weit, ne? Warte mal, das kommt hier raus, dann würde ich sagen, machen wir hier dieses Dreier-Hole. Zack, zack. So, dann, äh, warte mal, die normale Pipe, dann die Gold-Pipe und dann wieder die andere. Und von unten muss dann Strom dran. Da nehme ich dann, keine Ahnung. Oh, die Schuhe fucken hart ab, ey. Nimm die Fackel, man. Was ist los? So. Oh mein Gott, da ist so eine scheiß Fackel. Aber mit dem Teil kann man echt gut bauen, mit dem Flugdrang. Jo. Da muss ich auch noch mal gucken, wie man den craftet, weil den werde ich dann wohl am Mittwoch im Stream brauchen. Also heute, Leute. Stimmt. Heute, Leute. Hä, der ist doch voll einfach zu craften. Wir haben ja Mittwoch jetzt. Soll ich dir zeigen, wie der geht? Ne, jetzt grad nicht. Ich glaube, ich stelle selber mal ein paar her. Keine mal welche gebrauchen. Das wäre ganz gut, ja. Ich schließe auch den Fischer an, an meinen Reaktor. Alter, hat einen Klumpen. Jetzt habe ich keine Wrench dabei, ne? Fuck. Scheiße. Baaah. Ich bin so heulen, ey. Immer fehlt mir ne Kleinigkeit. Erstmal hier unendlichen Brunnen auf Water generieren, meine Freunde. Ich glaube, ich mache mir nur die Power Armor. So. Darf man die Power Armor machen? Ja, ich denke mal, im Kampf darf man die nicht benutzen, aber so für zu Hause will ich die schon haben, weil da kannst du ans E-Mail-Terminal und so. Echt? Ja. Geil. Da ist der Wrench. Gut, ne? So eine Power Armor wäre schon cool und praktisch, ne? Ah ja, Mensch. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Lachen wir schon. So, und jetzt noch das hier. So. Jetzt haben wir hier so ein Ding. Und jetzt werde ich hier einfach mal den Fischer anschließen. So, und der braucht jetzt eher F-Energie, ha? Scheiße. Es ist scheißegal, welche Energie der braucht. Ja, wie geil. So ausrastet, jetzt ist das die falsche Range. Baaah. Ist das kaputt gegangen? Nein. Ich will halt hier nicht abbauen. Ich will, äh, die Pipes umbalten. Okay. Mit was für Pipes transportiere ich eigentlich Items? Ist eigentlich egal. Also mit Gold machst du das schneller. Mit Cobblestone oder Soundtransport-Pipe ist halt normal Transport-Pipe. Mit einer Diapipe kannst du Sachen, äh, sortieren. Aber warum packe ich das alles weg? Ich will ja nicht sortieren. Ich will ja nur von A nach B. Jetzt kommt ja eh nur Fisch raus. Hoffentlich kommt Fisch raus. Ja, dann reiche normale Cobblestone-Transport-Pipe. Guck, den zieh ich jetzt auch mal aus. Irgendwie gibt mir das ganze Modsch-Gedünsel mega auf die Nerven in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum. So. Guck ich mal nach Transport-Pipes, ja? Ach, wir haben ja voll viele Cobblestone-Transport-Pipes, lol. Dann brauchen wir noch eine Chest. Oh, die dunkle habe ich jetzt nicht. Und wie, wie leitet man RF-Energie weiter? Ähm, mit diesen Redstone-Energy-Kondrids, glaube ich, heißen die. Guck da oben. Ah. Wie viel brauche ich davon? Ein paar, ne? Ja, wie macht man die denn? Okay. Äh, ja, da brauchst du diesen Liquid-Gedöns und so. Da musst du ein paar Sachen machen. Weiß ich gerade noch nicht aus dem Kopf. Ja, okay. Da muss jetzt Strom dran. Redstone-Energy-Kondrids. Ich kann nur jetzt die Kabel legen, Alter. Das ist doch viel zu weit. Du musst mir erklären, wie man das macht. Das steht nicht im Recipe-Book. Und wir haben nur noch zwei davon. Harte. Redstone-Energy ist das doch, ne? Da. Empty. Ich weiß noch nicht, wo ich anschließt es. Elektrum und Glas. Warte, ich mach dir eben welche. Okay, danke. Geh du mal eben schlafen. Ja, ich baue gerade den Fischer. Warte. Ich denke mal, ich muss die Kabel dann oben anschließen, da wo das Hole ist, oder? Geh ich mal so raus. Äh, weiß ich gerade nicht. Plopp. Plopp. Warte mal, was mach ich denn jetzt nochmal damit? Und plopp. Perfekt. Angeschlossen. So. Und jetzt. Keine Ahnung, ob das funktioniert, ne? Einfach mal probieren. Ja, stimmt, ich brauch Redstone-Blöcke. Wir haben doch Redstone-Blöcke. Ich weiß. Okay. Ja, ich fall. Ja, ich fall. Ähm, warte mal, der... Döp, 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 döp. Ja, der steht da noch. Der steht da noch, ja, ja. Wo denn? Hä? Hier, den Magma Crucible. Kommt da das Zeug rein? Jo, stimmt. Ich weiß nicht, ob sie da mit dem Ender-Zeug vermischt. Oh, oh. Oh, ja, stimmt, scheiße. Egal, dann haben wir Redstone-Ender. Macht ne jetzt. Alter, nein, halt, stopp. Hab ich das jetzt? Nein, ich. Oder hast du das? Okay. So, jetzt speichert der Redstone da drin. Gut. So, und was macht man jetzt nochmal damit? Jetzt muss ich eigentlich die, die... Wollen du jetzt da reinhauen, oder nicht? So viele Blöcke brauchst du gar nicht. Uiuiui. Wo sind denn die Dinger jetzt? Da. Hier ist jetzt das Redstone-Zeugs. Uh. Maschinen. Ja, aber... Wie einfach alles voll ist, ey. Was reicht nicht? Ich brauch... Ich brauch die andere Maschine, aber wo ist sie hin? Welche? Ja, den Liquid Transposer. Warte mal, da schon. Ne, da ist das Teil. Dip, dip, dip. Reinforced Stone. Wofür auch immer wir den brauchen. Muss da noch irgendwo drin sein, bin ich Panne? Da, Flu-Transposer. Da hab ich ihn doch. Meine Fresse. Boah, meine Hand tut grad weh. Danke. Danke Hand. Und was muss man jetzt damit? Der muss eigentlich direkt an den dran. An den Tank dran. Ja, hier. Ja, pack den doch daneben hier einfach. Kannst du den noch anschließen? Du hast ja noch ein Kabel davon, ne? Wovon? Ja, von den Energy Conduits. Hier, die roten Kabel. Da hast du ja noch zwei. Hey, du hast doch gerade gesagt, du hast noch zwei. Ja, die hab ich doch verbraucht für den Reaktor. Ich mach eins wieder ab. Ja, warte. Ach so, ja. Dann mach. Oh, jetzt hab ich einen Stein kaputt gemacht. Ich traute. So, komm wieder hoch. Da, 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 da. Hui. Hä, wie soll man die Kabel denn ohne die Dinger craften? Jetzt bin ich in den falschen Raum gegangen. Das ist ein bisschen scheiße, dass das da drin ist. Warum? Hä, packst du einfach einmal rein. Ja, wenn du das hinkriegst. So. Da kann man... Ja, aber der produziert ja gerade nichts mehr. Man muss dem jetzt sogar sagen, der soll woanders... Der soll rauspumpen. Hm. Ich dachte, der soll von unten nehmen. Mach den mal unten blau. Warte. Und blau zur Seite hin. So. Wir müssen jetzt eigentlich ziehen. Der mag mal kurz. Meine Fresse. Wir machen einfach Trayno. Mach das jetzt kaputt. So, juckt halt. Wir haben eh 10 Milliarden Redstone. Dann packen wir da Redstone rein. Ja, dann mach das weg. So. So, jetzt haben wir Redstone verschwendet. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben in der Hölle. So. Warum mussten wir das denn mit Redstone Energy Conduit? Können wir das nicht mit einem anderen Kabel machen? Keine Ahnung. Ich kenne das nur mit der. So, und jetzt hat der 900. Aber der pumpt ja immer noch nicht ab. Jetzt. Ah. Geil. Bist du glücklich? Ja, dann mal. So, toll. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Das ist toll. Aber da genau Strom. Wir brauchen Strom. So, und jetzt pack ich das da dran. Plopp. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Es ist mir aber auch egal, Leute. Ich will einfach nur... Wir haben ja Bias, ne? Glas. Jetzt geh an. Ja, es geht. Es funktioniert. Warum funktioniert das? Ich lasse es einfach nur noch angepappt. So, jetzt muss man nach der Rest funktionieren. Jetzt haben wir Work. Scheiße. Er worked jetzt gleich. Okay. Er wird von meinem fetten Reaktor gepowert. Ich bin stolz auf mich. Wirklich. Ich habe ganz viele Diamantblöcke und den fetten Reaktor gebaut, damit wir Fische bekommen. Hoffentlich. Leute, ich sammle die ganze Zeit die Sachen ein. Wie gut ist das denn? Ach so, weil er dann ausspuckt. Du kannst mir einen ganz, ganz großen Gefallen tun, mal eben. Nee. Wenn ich dir jetzt gerade geholfen habe. Doch, bitte, mach mal eben. Ja, wacht. Ich möchte eben sehen, ob das funktioniert, wenn er auf 900 Work ist. Oh. Du musst... Oh, oh, Leute. Oh, guck mal. Watt denn. Wo bist du? Unten. Beim Reaktor? Ja, ja. Oh, das ist der schönste Tag meines Lebens. Guck mal in die Truhe. Ach, der Fischer. Guck mal in die Truhe. Da ist ein Fisch rausgekommen. Ja, nice. Hast du es schön gemacht. Jetzt komm mal mit. Ich hab einen Fischer gebaut. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay. Zeit, Zeit, Zeit. Ich muss den Rest noch mit Diamantboden auslegen, sonst ist es kein schöner Fischer. Wenn Leute mich dann fragen, und Klümm, wofür hast du den ganzen Reaktor gebaut und die ganzen Enderperlen? Ja. Warte mal, mach mal hier einfach den Boden weg. Warum? Guck mal, dass du, dass du, ähm, hier, die Sachen, anstatt die Chests, dass das direkt ins ME-System geht. Das kriegst du doch bestimmt hin, oder? Oh, das fällt da raus. Ja, ja, weil da schon alles voll ist bis zum Rand. Diamond Essenzen. Ja, ohne Ende. So, jetzt soll ich Strom nehmen. Okay, dafür brauche ich einen ME-Importbus oder so. Ich schreibe einfach den Bus da reinkommen. Freddy Busbo. Ich finde das Video übrigens total schrecklich. So, ME-Precision-Importbus. Äh, nö. ME-Precision-Exportbus. Nö, wir brauchen einfach einen ganz normalen Importbus, oder? Exportbus, fuzzy, basic Importbus. Geht das hier, du? Nein, bei ist das hässlich. Basic Importbus. Dafür brauche ich ein ME-Interface. Warum brauche ich dafür ein ME-Interface? Ja, geil, das war nicht. Ach, du Scheiße. Nein, nicht Export, ich brauche Import. Dafür brauche ich das hier. Haben wir davon alles? Nein, wir haben das mittlere nicht. Das ist der Portal. Das mittlere ist das hier. Das kann man aber lockerer easy craften. So. Nicht böse sein, wenn er gleich hier alles abkackt, ne? Was alles abkackt? Du sagst, du sollst ein Kabel darüber legen. Das mache ich jetzt gerade. Junge. Über richtig behinderte Umwege. Okay. Behinderte geht das gar nicht. So, wir haben jetzt ein ME-Basic-Importbus. So müsste das eigentlich schon funktionieren. Ich badere das einfach mal da dran. Es juckt mich jetzt alles gerade nicht. Ah ne, wir brauchen auch ein... Ah ne, das reicht eigentlich, wenn wir das da an die Truhe anschließen, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Gucken wir mal, Leute. Learning by doing. By doing. Ja. Ganz genau so sieht das aus. Alter. So, hier packen wir was dran. Kabels gehen da unten lang. Ah ne, das ist schon das Kabel, okay. Das macht man wieder kaputt hier mit. So, tic-clack. Ananas, so. Was auch mal die Ananas damit zu tun hat? Ich weiß es nicht. Also kriegt man auch nochmal ein paar Erze. Sehr schön. Aha, es funktioniert. Ja. Ja. Geh mal da drauf. Es wird alles abgepumpt. Jetzt haben wir halt ganz viel Zeug da drin. Boah, ich habe noch nicht mal zwei Versuche gebaut. Ich habe nur einen Versuch gebaut. Ich bin so stolz auf mich gerade. Es wird alles ins ME-System gepappt. Hui. Ja, ich gehe zur falschen Seite. Ja. So, was macht man jetzt damit? Master-Infused-Stone. Magical-Crops. Okay, ich möchte aber das hier machen. Ja, Leute. Ich habe das so auf Nutella auf Brot. Nein, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen, so. Was hast du? Nutella auf Brot. Ich habe schon 46 Diamanten wieder. Alter, ist das ärgerlich, ne? Wir müssen irgendwie so ein Auto-Crafter-Ding. Ein Auto-Crafter-Ding? Ja, aber ich habe keine Ahnung wie. Es gibt irgendwie Auto-Crafter. Ja, Auto-Crafting-Table. Ja, wie geht das? Ähm, da brauchst du Workbench für und, äh, wie heißt das? Dat Diamant, ey. Wooten-Gear. So, wir haben wieder anderthalb Stacks Diamanten. Wir haben 1500 Diamanten. So, wir brauchen ein Auto-Crafting-Table. Vielleicht können wir damit Auto-Workbench. Meinst du die? Ja. Funktioniert die? Da brauchst du noch, ähm, wie heißt das? Diese Redstone-Engine für und Redstone-Fackeln. Und dann funktioniert das. Damit das eben auch pumpt. Ja. So, dann mache ich jetzt eins. Ich habe kein... Doch, da. Auto-Workbench. So. Wir haben jetzt eine Auto-Workbench. Und da möchte ich jetzt... Ich brauche schon wieder einen Import- und einen Exportbus dafür. Was, echt? Ja, und die sind teuer. Fuck! Fuck! Export... Oh mein Gott, ey. Ja, eins, was exportiert, dann da reinballert. Ja. Und eins, was importiert und dann wieder zurückballert. Ich könnte das auch ohne machen, aber... Nö. Aber ich brauche für ein... Oh, das ist voll ärgerlich, was ich hier gerade mache. Das ist voll behindert, ohne Scheiß. Da hätte ich mir lieber die Mühe machen sollen, einfach mal ein neues, äh... Ding zu craften hier, Solarpanel. Was ich hier gerade mache, das ist einfach so unnötig. Was brauche ich denn jetzt hier für noch? Lol. Fluigs, das brauche ich. Genau in die Mitte von dem Teil, weil da kommt eh eine Brücke hin. Das brauche ich, und zwar viel. Ja. Dankeschön. Das ging schnell. Genau in die Mitte, dann bin ich aber mal fehl am Platz, ne? Ja, dann bin ich richtig fehl am Platz. Nein! Nein, 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 da wollte ich nicht rein. Das wolle ich, das wolle ich. Das brauche ich. So, haben wir keinen Redstone mehr? Lul, wir haben kaum noch Redstone. Ja. Aber wir haben ein Nether-Redstone-Ohr. Ja, wir müssen auch noch Essenzen davon haben, eigentlich. So, jetzt haben wir wieder ein Pastix. Bis wohin gehe ich denn? Bis... Ah, muss noch ein Stück. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Darf man erstmal wieder 14 Stück hergestellt? So, jetzt kann ich das Ding bauen. Schlafen gehen. Und dann, ich brauche noch so ein Ding. Und dann kann ich den... Ist das jetzt der Import-Bus? Ne, das ist der Export-Bus. Das brauche ich. Das brauche ich einmal. Ich brauche es gleich nochmal. Scheiße. Und doch kann ich wohl... Haha! So, zweimal. Dann brauche ich das nochmal. Dann brauche ich das hier. Was muss da oben hin? Ach ja. Alter! Was denn? Ja, was ich hier gerade veranstalte. Dann brauche ich... Import-Import-Bus. Fuzzy-Import-Bus. Ne, nicht Fuzzy. Was macht der Fuzzy-Import-Bus eigentlich? Weiß nicht. Mitte ist genau... Basic-Import-Bus. Hier, ne? Kann ich dann einstellen, was hin, rein und raus soll? Ich will wissen, was der Fuzzy-Import-Bus macht. Wirklich. Ich baue jetzt einfach so ein. Passt ja unglaublich gut hier jetzt mit dem Sand. Oder? Ne, ich baue erstmal keinen. So, jetzt habe ich noch einen Import- und einen Export-Bus. Wo ist mein Export-Bus? Da bin ich gerade genau einen daneben. Dann habe ich ja eben gecrafted. Bin ich behindert? Genau einen daneben. So, und jetzt brauche ich noch eine Redstone-Engine, sagst du? Ja. Wie mache ich die? Redstone-Engine. Ja, das weiß ich auch nicht, weil Mod-Pack ist anders und so, weißt du? Redstone-Engine. Lol, die ist easy. Redstone-Engine. So, da brauche ich noch eine Redstone-Torch. So. Und jetzt habe ich alles, was ich brauche, rein theoretisch, um das Auto-Crafting-Ding zu machen. Was unsere Diamant-Essenzen automatischen Diamanten umwandelt. Sehr gut, sehr gut. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich versuche es einfach mal hier hin zu bauen. Boah, ich weiß gar nicht, warum kriege ich denn hier Kohle? What the fuck? Warum nicht? Ist doch gut. Wir brauchen Kohle. Ich bin gerade über dir, glaube ich. Ja, der Platzier muss reichen. So, ich brauche einen Import-Bus. Ich brauche erstmal einen Export-Bus. Ich brauche erstmal eine Autocrafting-Table. Den fallere ich hier hin. So. Ja. Dann brauche ich die Redstone-Engine einfach daneben stellen. Ähm, ne, du brauchst noch eine Wooden Transport-Pipe. Wofür? Eine Wooden Transport-Pipe, ja, damit die pumpt. An die Wooden Transport-Pipe musst du halt die Redstone-Engine anschließen. Äh, Wooden Transport-Pipe. Aber wir haben noch genau eine Wooden Transport-Pipe im System. Das ist praktisch. Und um die Redstone-Engine anzutreiben, brauchst du halt eine Redstone-Fackel. Das dürfte kein Problem darstellen. So, packen wir das da ran. Und ich komme hier nicht mehr raus, lol. Danke. Ja, so weit wollte ich auch nicht raus. Mann. Hier ist mein Fischer. Das reicht nicht. Das reicht einfach mal gar nicht. So. So. Lol. Ne, jetzt bin ich... Hey, ich rappel nicht. Und jetzt kann ich quasi sagen, dass wenn ich... Pass auf, ich brauche Diamanten. Also Diamant-Essenzen. Diamanten brauche ich selber nicht. Doch, da muss die Mitte sein. Nehme ich mal Diamant-Essenzen hier raus. Hab dann quasi... Du sollst dann immer das hier machen. Ja. Das ist ja mal mega ärgerlich, Alter. Okay, das funktioniert schon. Jetzt brauche ich nur noch einen Export-Bass, der das da reinballert. Oh, fuck. Und einen Import-Bass, der das da wieder rausballert, oder? Naja, heute ist echt nicht mein Tag, ey. Funktioniert das? Ich glaube, es funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Ich habe einen Export-Bass, der müsste das hier rausballern. Und einen Import-Bass, der müsste das wieder reinballern ins System. Jetzt falle ich... Au! DJF? Was ist passiert? Oh, well. Sehr geil. Leck mich am Arsch, ey. Einfach mal. Juck mich nicht. Don't afraid of your hive, bro. Ach, man. Sippst mal die ganzen Sachen. Ach, nö. Ich bin ja irgendwo durchgefallen. Wo sind denn die? Ich muss die wiederfinden. Da war seltener Stuff-by. Wer hat das zu rücken? Das wäre nicht gut, wenn das weg wäre. Irgendwo hier im Maschinenraum bin ich runtergefallen. Da hinten. Ich brauche irgendwas, um Fallschaden zu überleben. Selbst... Ich habe... Warum ist da unten Lava? Weil das da für den komischen Tisch ist. Keine Ahnung. Okay, ich habe kein... Ich komme hier nicht lang. Ich muss irgendwas kaputt schlagen. Das funktioniert sowieso nicht. Na toll. So. Mann, Sipp, hilfst mich doch mal. Warte mal. Ich kann hier gerade nicht. Wo bist du denn? Ich laufe hier irgendwo rum. Ach, geil. Ohne Jetpack kannst du nichts machen hier einfach. Ich gucke mal, ob wir noch ein Jetpack im System haben. Alter, wie viele Festplatten wir mittlerweile haben, ne? So, Rubber Tree Saplings. Jet. Ja, wir haben sogar noch einen Jetpack, der leer ist. Wow. Wow. Einfach... Wow. Da kommt man jetzt nicht mehr rein, ne? Nee, hier kann ich das gar nicht bringen. Lol. Aber ich weiß, wir überziehen die Folgen, aber ich will bitte... Ah, gib mal bitte mit deinem Jetpack kurz. Wenn du das jetzt verlierst, ne? Nein, ich verliere das nicht. Und selbst wenn die Dinger sind so easy, neu zu craften. So. Jetzt komme ich aber da rin. Bitte einmal... Nein, ich will hier nicht... Ich will da oben halten. Mann! Ich fühle mich ein wenig verarscht. So, hier müssen meine ganzen Sachen sein. Und hier sind meine ganzen Sachen. Sehr schön. Ich bin nämlich hier in den Kabelkanal gefallen. Aber warum funktioniert das hier nicht? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Click to craft. Ah. Was macht der denn mit den Bäumchen? Der müsste jetzt eigentlich craften, oder? Craftet der immer. Wir beobachten das mal. Hm. Lol. Der Harvest, der kriegt gerade gar nichts auf. Kann die Redstone Engine explodieren? Äh, nein. Okay, weil die ist rot. Ja, die wird... Die ändert ihre Farbe, je nachdem wie lange die läuft. Also, wenn die lange läuft, dann pumpt die auch schneller. Click to craft. Wie kann ich das denn auto-craften hier? Auto-work. Mensch, Leute, sagt mir das doch mal, bitte. Komm mal bitte eben. Der macht das eigentlich automatisch. Ja, aber irgendwie funktioniert das nicht. Komm mal bitte. Warte mal ganz kurz. Ah, warte, warte. Ah, es funktioniert wie geil. Guck mal, komm mal gucken. Der craft jetzt automatisch alles raus. Nein, nicht schon wieder. Ah, ich kann gerade nicht mehr fliegen. Warte. Ich muss gerade Rubber-Tree-Zeug holen. Das funktioniert auf jeden Fall. Exportiert jetzt. Kann ich da auch mehr reinballern? Komm mal, komm mal runter. Ach, warte. Nee. Na gut. Okay, wir haben jetzt ein System, das automatisch all unsere Wünsche erfüllt. Hier, das pumpt jetzt automatisch Diamant-Essenzen raus und Diamanten wieder rein. Ja, und die fallen auch direkt raus. Die Diamanten? Ja, die ploppen nach hier raus. Warum? Gib mir mal mein Jetpack, bitte. Ich komme gar nicht mehr klar ohne. Ja, warte. Komm mal, ist das mal hier runter. Ich muss hier irgendwie rüberkommen zu dir. Warte, ich habe meine Spitzhacke zum Glück wieder. Aber ich muss sowieso hier oben drüber. Ey, mach nicht mein Fischer kaputt. Ich soll gar nicht. Hier. Hier hast du das Jetpack. Oh, ich habe das Goldkabel weggemacht. Das ist... Jetzt haben wir gar keine... Unser ganzes Armee-System ist jetzt gleich kaputt. Okay, das ist wieder repariert. Alter, ist ja fast leer. Ja, das ist auch mein altes. Deinen habe ich noch an. Was? Was? Erstmal aufladen hier. So, wo ist jetzt das Import-Ding? Geht das so? Kann ich das dann einfach... So? Und dann balle ich da eine Kiste dran oder so? Ich brauche eine Chest. Gib mir mal eben eine Chest. Ich komme hier nämlich gar nicht mehr raus. Warte. Oder? Doch, hier komme ich raus. Ja, eine. Ja, ich nehme schon. Ja, ja. Sollte ich gerade schon. Chest. Hä? Musst du da dahin? Weil ich habe gerade Rubber-Trees gesetzt auf der Pantate. Wir müssen vor allen Dingen die Folge beenden. Ja, warte. Jetzt will ich eben noch ein solcher Ding machen. Was ist los? Nein, die Diamanten pluppen raus. Entspann dich, Diamanten-Ding. So. Also wo pumpen die das jetzt gerade hin? Was? Das würde mich mal interessieren. Ah, hier. Rubber-Wood. So. Jetzt aber. Jetzt müsst ihr die Diamanten automatisch rauspumpen. Und ins System packen. Warte mal, ich probiere es aus. Oh Gott. Plopp, plopp, plopp. Was? Warum habe ich die auf einmal im Inventar? Hör auf damit. Haut das Ding das immer aus der Seite raus, was der craftet? Ja, du musst das ja irgendwo hinleiten, ne? Ja, jetzt wird es in die... Warum ballert der die... Auf die, aber nach Hause zu ballern? Warte mal. Ich komme und gucke meinen Freund. Brauche ich Wooden-Transport-Pipes oder ich habe jetzt hier die gemacht? Hier, guck, aus dem Auto-Crafting-Table kommen die Kobbelts in den Transport-Pipes. Was hast du denn gemacht? Guck mal, nein. Halt, stopp. Oh, lol. Sehr geil. Danke. Das ist eine sehr schöne Konstruktion. Danke schön. Funktioniert die? Nein. Warum? Das ist ja immer richtig geil, Alter. Warte. Nein, die Redstone-Fackel ist runtergefallen. Egal, wir haben genug, um eine neue zu craften. Dann kannst du mal ein bisschen eben eine holen. Ich crafte doch gerade schon eine neue. Achso. Oh, das muss... Warte mal, das kann... Da hin. Ready to replace the Redstone-Fackel. Ja, hängen da drüber. Oh, guck mal, die Amatmen. Hä? Ach, über die Engine. Direkt über die Engine. Einfach an der Wand. So, und das... geht jetzt... Oh, shit. Ja. Die Kiste kann da nicht bleiben, weil das noch an einem anderen System angeschlossen ist jetzt. Okay. Jetzt macht ihr das ganze System kaputt. Stub! Ja, dann einfach nach oben. So. Nein, das läuft ja nicht in das System. Wohin dann? In ein anderes. Ja, dann... Mach das da hin, wo das hin soll. Wacht doch mal, wir können das hier entfernen, oder? Und jetzt pumpt der alle Diamanten da nach oben, ne? Ja, der pumpt halt aus die... aus die Kabel-Stone-Dings raus. Ach, aus die Wunden-Transformer-Pack, Entschuldigung. Kann ich da auch Kabel-Stone-Pipes anschließen an den Boden? Ja, jetzt schon. Hä? Also. Warum verbindet der sich nicht? Hä, der ist doch verbunden. Hä, ne. Ach so, ja, aber du hast Kabel-Stone und ich hab Stone. Hier, mach den weg. So, jetzt. Aber das ist blöd, weil dann pumpt der da zurück in den Table rein. Soll er ja nicht. Mann, wir haben ja auch keinen Platz. Ich muss doch noch eine Iron-Transport-Pipe haben. Alter, wir sind schon bei 27 Minuten, ne? Ja, Leute. Wir überziehen jetzt einfach mal, so. Das andere Team hat vier Bücher, wir dürfen überziehen, so. Guck mich jetzt. Warte mal, äh... Ich weiß, wie ich das lösen kann. Ich brauch nicht. Wo ist die Chest? 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 Du hast die Chest. Ich hab die Chest. Ja. Muss. Ich hab's hin nicht. Doch, ich hab's hin nicht. Ah, Diamanten. Das ging hier überall rum. Ah ja, ist ja klar, wenn die überall rausploppen. So, ich kann ja schon mal bauen, was ich denke, was gut ist. Bringst du mir mit der Ebene Chest? Warte. Eine Chest brauch ich, mehr nicht. Eine einzige Chest, wenn unser System funktioniert. Hör auf, Diamanten rausploppen. So, hier. Hä? Da, hab ich hier runtergeworfen. Ah ja. So, die packe ich jetzt hier ran. So. Dann sollten ja alle Diamanten in die Chest gehen. Ich guck mal ganz kurz, ob's funktioniert. Kann ich schon mal... Warum ist noch kein Diamant in der Chest? Also, der pumpt. Ja. Da ist einer in der Chest. Ja? Ja. Okay, dann mach ich jetzt so. Der pumpt halt sehr langsam, das ist das Problem. Ja, ist doch egal. Aber geht jetzt sehr langsam. Ist doch kackegal. Wir haben Autodiamanten. So gut, jetzt läuft das auf jeden Fall. Dann machen wir mal Freie am Tier. Danke für's Zuschauen. Ja, tschüss mit Ö. Und bis morgen. Tschüss. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.